Willkommen zu unserem Video über 5 schöne Reiseziele in Leoben. Willkommen in der charmanten Stadt Leoben, einem malerischen Reiseziel in der wunderschönen Steiermark Österreichs. Die Stadt Leoben bietet ihren Besuchern eine Fülle an Geschichte, Kultur, Natur und Freizeitmöglichkeiten, die jeden Besuch unvergesslich machen. In diesem Video stellen wir Ihnen 5 Orte vor, die Sie in Leoben besuchen sollten. 1. Hauptplatz Beginnen wir mit dem Hauptplatz, dem historischen Zentrum von Leoben. Der Hauptplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Hier finden Sie viele charmante Cafés, Restaurants und Geschäfte, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Der Hauptplatz ist auch der ideale Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. 2. Schloss Leoben Das Schloss Leoben ist ein beeindruckendes Renaissancegebäude, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Es ist heute eines der wichtigsten Kulturdenkmäler der Stadt und beherbergt das Stadtarchiv und das Stadt- und Bergbaumuseum. Eine Führung durch das Schloss ist ein Muss für alle, die sich für die Geschichte der Stadt und der Region interessieren. 3. Gösser Braugarten Der Gösser Braugarten ist ein gemütlicher Biergarten, der sich direkt neben der Gösser Brauerei befindet. Hier können Sie die berühmten Biere der Brauerei genießen und sich von der Atmosphäre und dem Charme des Biergartens verzaubern lassen. Der Gösser Braugarten ist auch ein idealer Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. 4. Stadtpark Der Stadtpark ist ein grünes Juwel inmitten der Stadt und ein beliebtes Ausflugsziel für alle, die dem Trubel der Stadt entfliehen möchten. Hier finden Sie viele idyllische Plätze zum Entspannen, Spazierwege zum Wandern und Joggen sowie einen Spielplatz für Kinder. Im Sommer finden im Stadtpark auch regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen statt. 5. Erzberg Der Erzberg ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Region und ein Muss für alle, die sich für Bergbau und Geschichte interessieren. Der Erzberg ist seit über 1000 Jahren ein wichtiger Erzlieferant und wurde im Laufe der Jahrhunderte von Bergarbeitern abgebaut. Heute ist der Erzberg ein beliebtes Ausflugsziel und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die Region. Fazit Insgesamt bietet die Stadt Leoben ihren Besuchern eine Fülle an Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Ob Sie die Geschichte der Stadt erkunden, die Natur genießen oder einfach nur entspannen möchten, in Leoben werden Sie garantiert fündig. Besuchen Sie diese 5 Orte und erleben Sie selbst, was die Stadt zu bieten hat. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um ein Video mehr zu verpassen.